Den Dienstag dürft ihr euch gerne schon mal einspeichern als Top List Tuesday. Let's da go! Erstmal riesen Dank für das geile Feedback, was mich erreicht hat. Auf jeden Fall geht da liebe raus an die ganze Community. Hammer nice. Und wenn ihr neu auf dem Kanal seid, ihr könnt natürlich immer gerne ein Like und ein Abo dalassen. Das ist immer super, das hilft uns mega. Und dann habe ich eine Sache gesehen, den blende ich euch hier direkt mal ein. Und zwar den Kommentar von Uwe. Der hat sich gewünscht gestern, wie wäre es denn mit einer Kategorie Überraschung? Und da habe ich mir gedacht, da machen wir doch einfach die Top List Überraschung im Uwe Special. Nice. Und dann starten wir rein mit meiner Top 5 Bundesliga Überraschung für die kommende Saison. Und wir starten auf der 5 mit Armin Adli. Der hat sich auch schon in unsere aktuelle VA gemogelt. Da ist ein offener Dreikampf aktuell mit Jonas Hofmann und Neuzugang Therrier. Letzte Saison schon so ein kleiner Schritt Richtung Durchbruch gemacht. Und das könnte absolut sein Jahr werden. Bei ihm ist mir besonders zum Ende der letzten Saison sein Fitnesslevel aufgefallen. Also sein Super-Fitnesslevel. Hat einfach sehr viel Spielzeit bekommen und wirkte auf mich einfach fit und spritzig. Und das wird ihm auch diese Saison zugutekommen. Plus er ist auch gereift. Dann ist er ein Allrounder. Er ist ein polyvalenter, einsetzbarer Spieler. Rechts wie links, bevorzugt über die linke Seite. Kann theoretisch auch ganz weit vorne, also im Sturmzentrum vorne auch agieren. Oder die hängende Spitze. Also ein ganz flexibler Spieler. Und er gibt Xabi damit einfach ganz viele Optionen, ihn einzusetzen. Dann habe ich noch dieses Scoring. In der Bundesliga vier Tore und sechs Assists in 23 Spielen. Und davon ist er lediglich acht gestartet. Also mehr Scorer als Startelf-Einsätze. Und das zeigt euch, wie gefährlich er ist. Auch als Einwechselspieler. Sechs Scorer nach Einwechslung gehört damit zu den Top-Einwechsel-Gans der Bundesliga. Auf die vier, da setze ich Merlin Röhl. Ist ein absoluter Juwel der Freiburger. Ab U18 alle U-Nazio-Stationen durchlaufen. Er hat viele besondere Momente. Hatte letztes Jahr aber Roland Sallay vor sich. Der war ja EM-Fahrer. Den zieht es jetzt nach England wahrscheinlich. Und macht die Bühne frei für Merlin. Ich habe mir ein paar Stats zu ihm mal rausgesucht. Für euch auch. Unter der Prämisse. Er hat nur 17 Spiele ist er gestartet in der Bundesliga. Und da habe ich direkt mal. Er nimmt die Schüsse. Er schießt über einmal pro 90 Minuten aufs Gehäuse. Und bringt auch einen sehr guten XG-Wert mit. Also eine sehr starke Schussqualität. Merlin mag gerne dribbeln. Über 45% erfolgreiche Dribbles. Also fast jedes zweite Dribbling sitzt bei ihm. Darüber hinaus hat er auch noch super Werte in der Ballbewegung nach vorne in die gefährliche Zone. Das ist richtig stark. Kreierte Großchancen. Die Zahl sieht jetzt vielleicht nicht super sexy aus mit 0,25 im Schnitt. Er hat aber 2,63 Schuss erzeugende Aktionen pro 90 Minuten. Strahlt einfach eine starke Torgefahr aus. Und bringt halt auch die Mitspieler in Szene. Zu guter Letzt wissen viele vielleicht nicht. Das ist ein Riese. Also der ist 1,92. Eher schlagsig gebaut. Dadurch auch so ein bisschen drahtiger Spieler. Aber könnte wahrscheinlich noch ein paar Prozent Muskelmasse aufbauen. Der Gute vielleicht nochmal mit Leo und dann nochmal ins Fitnesscenter gehen. Auch so schon knappe 40% erfolgreiche Luftkämpfe. Und das gibt ihm einfach ein super Stat. Dass er auch mit dem Stat davor, dass er sozusagen auch durch den Kopfball Schuss erzeugende Momente kreieren kann. Das ist halt ein super Bonus bei ihm. Dann haben wir Nathan Teller auf der 3. Ja, vielleicht die coolste Aktie bei Leverkusen. Er war schon letzte Saison der feste Wechselspieler mit Frimpong, den es jetzt wegzieht. Und das ist auch direkt mein erster Punkt hier. Freie Bahn. Er hat die Schüsse. Er hat die Assists. Und er hat die Ballbewegung in die gefährliche Zone. Das sind seine Kernattribute. Und damit ist der Boy halt auch ausgestattet. Und als dritten Punkt habe ich noch die Bonnie-Face-Konek. Ja, die beiden gehören zur nigerianischen Nationalmannschaft zur Auswahl. Und ich kann mir vorstellen, dass sich da was Spezielles entwickelt. Die zwei, das ist Jamie Baino-Gittens. Alles neu in Dortmund. Neue Abwehr, neues Mittelfeld und ein neuer Stürmer. Aber die Außenspieler, die sind gleich geblieben. Unter anderem ist er einer davon. Favorisiert über links. Kann aber auch die rechte Seite beackern. Könnte jetzt frei werden. Kontrahent Donny Mahlen steht im Wechsellicht, der schon während der Saison immer mal mit der Insel in Verbindung gebracht wurde. Bezüglich eines Wechsels. Sancho-Abgang ist fix. Das war ja auch nur eine Laie. Und dann hat er eigentlich nur noch Adeyemi vor sich. Und natürlich, wir spekulieren, dass da noch jemand kommt für die rechte Seite. Meinetwegen muss da keiner mehr kommen. Dann kann er nämlich direkt starten. Der Junge hatte letztes Jahr schon sowas wie einen, ich sag mal, kleinen Durchbruch. Schaut mal euch hier die Werte an. Also, der Junge ist ein Flitzer. Wenn der durch die 30er-Zone sprintet, wird der geblitzt. Über 5 kmh innerorts. Zu schnell. Habe ich gerade mal im Bußgeldkatalog geguckt. Wären 58,50 Euro. Also, auch da eine super Pace. Einer der Top-Speedster der Liga. Auch er dribbelt gerne. Ist erfolgreich da mit fast 40%. Gehört auch zu seinen Kernstärken. Und den Schuss aufs Tor, den haben wir auch notiert. Er ist ein echter Ballermann. Knapp drei Schüsse aufs Tor. Ligaweit die vier. Nur Kane, Undaf und Bonnie Face schießen noch öfter. Und dann die 6. Assist. Die habe ich mir auch mal aufgegriffen. Letztes Jahr in der Bundesliga. Von 25 Bundesligaspielen sind auch nur 14 gestartet. Ich finde es ein absoluter Top-Wert. Und Nuri gibt dem Jungen mal mehr Spielzeit. Und deswegen Jamie auf die 2. Normale Kartoffeln gibt es bei mir nicht. Höchstens Feuerkartoffeln. Chan Usun. Juwel. Wunderspieler. Der hat den FC Nürnberg letzte Saison durch die ganze Liga getragen. Unfassbar. Mit seinen 5 Spielen, wo er mindestens 2 Scorer oder mehr hatte. 16 Tore, 2 Assists in 25 Zweitliga-Starts. Also wenn der auf dem Spielfeld steht, dann brennt's. Dann bei Nürnberg war er so der einzige von dem Scoring-Profil. Er kommt jetzt nach Frankfurt. Da bekommt er einen Mamouche, einen Ikitike, einen Chaibi. Also Spieler, die offensiv wirklich was mit dem Ball anfangen können an die Hand. Und die können ihn auch ganz anders nochmal in Szene setzen. Und er kann die auch ganz anders in Szene setzen. Also eigentlich hier ein doppelter Bonus im Qualitätshaus Frankfurt. Sehe ich ganz, ganz stark. Zu guter Letzt habe ich noch seine Unbekümmertheit notiert. Das gab immer mal so Schlagzeilen. Gerade am Anfang, wo er mit so Großklubs in Verbindung gebracht wurde. Dann hat er auch mal Spiele nicht getroffen. Da gab es schon die ersten Stimmen. Ist er vielleicht zu sehr unter Druck? Aber der Junge hat einfach weitergespielt. Und ganz unbekümmert hat die Dinger weiter eingenetzt. Und von daher ist er für mich das Juwel im Bundesliga-Himmel. Das soll es gewesen sein. Das war mal hier eine erste Top-List und meine Top-5-Überraschung. Schreibt mir mal in die Kommentare, wen ihr als Top-Überraschung dieses Jahr vermutet. Und daher wünsche ich euch jetzt erstmal einen schönen Tag und sage Tschüss.